Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Sattdose hier fachgerecht anschließen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall komme ich mit dem Koaxialkabel direkt von meiner Satellitenschüssel in die Hohlwanddose hinein und jetzt geht es einmal darum, dass ich das Ganze erst einmal dementsprechend mit einem speziellen Abmantelwerkzeug abmantel und zwar genau so weit wie auf dem Einsatz hier beschrieben, dass am Ende 10 mm von meinem Innenleiter noch übrig sind und 1 mm von dem Dielektrikum. Hierfür muss ich erst einmal die Seite von meinem Abmantelwerkzeug verwenden, wo die Klingen etwas weiter auseinander stehen. Das wäre in meinem Fall diese Seite und dann kann ich das Ganze mal auf meine insgesamt 11 mm an dem Koaxialkabel ansetzen. Mein Schirmgeflecht wurde nicht verletzt, so wie es auch sein sollte und jetzt geht es darum, dass ich einmal dieses hier über meinen Mantel vorsichtig nach hinten überstülpe. Wenn auch das geschehen ist, nehme ich mal die andere Seite von meinem Abmantelwerkzeug, sette das Ganze jetzt bei genau 1 cm an, kann hier noch einmal rumdrehen und wenn ich es runterziehe, dann ist auch schon mein Innenleiter hier freigelegt. Bevor ich weitermache, achte ich nochmal darauf, dass auf gar keinen Fall irgendein Draht von meinem Schirmgeflecht den Innenleiter hier vorne überrührt. Bei mir ist das auf jeden Fall sichergestellt und danach kann ich mal meinen Einsatz hier zur Hand nehmen. Dementsprechend mache ich jetzt auch mal diese Klappe hier auf und dann erkenne ich nämlich hier bei dem Pfeil in und auch da auf der rechten Seite, wo die Schraube ist, dass hier mein Koaxialkabel bzw. mein Innenleiter hinein muss und das mache ich jetzt natürlich einmal. Wenn er richtig sitzt, kann ich auch schon mal meine erste Schraube hier unten festdrehen und danach schließe ich meine Klappe hier vorne und kann natürlich auch das jetzt mit der dementsprechenden Schraube hier einmal festziehen. Dadurch wird eine Verbindung zwischen dem Schirmgeflecht und meinem Einsatz hergestellt. Natürlich haben wir durch das Festziehen der Schraube auch die entsprechende Zugentlastung auf jeden Fall sichergestellt und jetzt können wir mal unseren Einsatz bei den entsprechenden Befestigungsschrauben hier hineingeben, anschließend natürlich mit einer Wasserwaage bzw. mit solchen vorgefertigten Linien hier ausrichten und dann kann ich auch schon beide Befestigungsschrauben nämlich schön anziehen. Falls dein Einsatz in keiner Hohlwanddose, sondern in einer Unterputzdose eingebaut werden soll, dann könntest du anstatt den Befestigungsschrauben auch links oben und rechts unten noch diese zwei Schrauben festdrehen, denn dadurch würden hier innen drin zwei solche Spreizkrallen nach außen aufgehen und das Ganze hält natürlich auch pumpenfest. Bei mir passt es auch soweit, weswegen ich meinen Rahmen mal von vorne draufgebe. Danach kann ich natürlich auch dementsprechend meine Blende aufsetzen und zum Schluss muss ich nur noch meine Schraube hier in der Mitte einmal wieder ordentlich fest sehen und wenn auch das geschehen ist, dann haben wir nämlich unsere Sattdose hier auch schon fachgerecht angeschlossen. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens so eine Sattdose mit Rahmen und Blende, ein Koaxialkabel oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. ... ...